UNTERTITELUNG Notfall von meinen Damen und Herren, die Saab JAS 39 Gripen. Well, ladies and gentlemen, just taken to the air, in fine style, from the Hungarian Air Force, the Saab JAS 39 Gripen. Und die Gripen ist ein schwedisches Mehrkampfflugzeug und der Nachfolger der Saab Wiggen. Die Bezeichnung JAS steht für Jagd, Attack und Spanning auf Schwedisch, das heißt Jagd, Angriff und Aufklärung. Designed as a replacement for the earlier JA37 Viggen. Widerstands Populations beim Nachfolger der Saab JAS 39 Gripen von Unprepared Strips und Road Strips. Hohen Zuverlässigkeit, das heißt einfache Wartung, zum Teil durch Wehrpflichtige und universellem Einsatz. Bei besonders kalter Witterung zum Beispiel lässt sich die Maschine nach vergleichsweise kurzer Anheizphase mit dem Hilfstriebwerk rasch in die Luft bringen. Auch auf schwierigen Bodenverhältnissen stellen Start und Landung für erfahrene Piloten überhaupt kein Problem dar. Das ist die Maschine, zu werden, von Rhoades zu den Swingersphorst. Die Maschine hat eine sehr schwarze Zeitung. Das ist die Maschine. Das ist die Maschine. Das ist die Maschine. Ja, und nicht nur die Silhouette ist etwas Besonderes. Tim hat es gestern verglichen mit einem Christmas Tree, mit einem Weihnachtsbaum. Und es sieht wirklich so ein bisschen aus. Es handelt sich also um einen Mitteldecker, an dem die Vorderkante der Dillta-Flügel mit 45 Grad gefeilt sind. 4.7 Meter hoch. Und das Volvo Aero RM12 Triebwerk liefert 80,5 Kilo Newton Schub. Damit erreicht die Gripen eine Geschwindigkeit von über Mach 2, das heißt über 2.000 Stundenkilometer und eine Höhe von 50.000 Fuß. Ein solches Volvo Aero RM12 produziert 80,5 Kilonewtons. Er gibt den Gripen, oder Gryphon in Englisch, eine maximale Geschwindigkeit von Mach 2, über 2.130 Kilometer pro Stunde. Er hat eine Höhe von 50.000 feet, 15.240 Meter. Der Erstflug war bereits 1988, 1996 wurde die Maschinen in Dienst gestellt, in Serie im gleichen Jahr und 237 Stück wurden gebaut. Im Einsatz ist die Gripen in Schweden natürlich, wie wir es hier sehen, in Ungarn, in der Tschechischen Republik, Südafrika und Thailand. Und jetzt schon wieder am Boden, vielen Dank also an die ungarische Luftwaffe, vielen Dank an Saab, die uns hier die 39 Gripen so toll präsentiert haben. Und noch mal, meine Damen und Herren, wir werden uns heute noch einige Male wiederholen. Bitte denken Sie daran, sich vor der Sonne zu schützen. Wir haben einen wolkenlosen Himmel, der leichte Wind lässt es nicht so warm erscheinen. Und glauben Sie mir, das geht ganz, ganz schnell. Wir haben gestern am Ende der Veranstaltung so viele Besucher gesehen, die verbrannt waren, die wirklich krebsrot waren. Schmieren Sie sich ordentlich mit Sonnencreme ein, schützen Sie vor der Sonne, suchen Sie auch mal den Schatten. Und das zweite Ding, das zweite, um was ich Sie bitten möchte, wenn Sie Kinder dabei haben, schreiben Sie Ihre Telefonnummer auf einen Zettel und stecken Sie diesen Zettel den Kindern in die Hosentasche oder in die Tasche. Oder schreiben Sie sogar die Telefonnummer auf den Arm der Kinder, das haben wir auch schon gesehen. Das erleichtert es uns ungemein, wenn die Kinder verloren gehen, sie wieder zusammenzubringen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es wird sehr heiß auf dem Tarmat. Dieser leichte Wind, das bedeutet, dass Sie nicht wissen, wie heiß Sie sind. Also bitte, viel Sonnencreme, besonders auf Ihre Kinder.